Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Video und ich hasse mich dafür dass ich dieses Video hier gerade mache. Wir spielen heute eine Horror-Map. Alleine. Weil wir so lustig drauf sind. Haha. Warum mache ich sowas? Wieso? Kann das mal jemand erklären? Ja. I need to find a key. Ey, Mann. Ich hab kein Bock mehr. Ich bin angespannt. Diese Anspannung ist genau das, was die Horror-Maps so creepy macht. Nichts anderes. Eigentlich sind die nämlich gar nicht gruselig. Wisst ihr? Wenn man das alleine spielt, ne? Dann, okay. E-Beams. Ich hab keine Lust mehr. Oh Gott. Geh weg. Ah. Ah. Alter. Ah. Ah. Ich sitze hier gerade so weit weg vom Bildschirm. Ich hab gar keinen Bock. Oh ne. Oh nein. Nein, nein. Licht bleibt an, bitte. Ah. Alter. Und wir haben kein Licht mehr. Das ist natürlich was, worüber man sich freut. Oh. Da ist wieder ein Licht. Oh mein Gott. Ich bin ganz so angespannt. Läuft die Aufnahme? Ja, sie läuft. Da hinten ist Blut. Oder ist es Ketchup? Ich glaub, es ist Ketchup. Ich mein, Ketchup mag jeder. Das ist... passt zu... ist ne gute Beilage. Kann man gern zum Pommes essen und so. Äh. Äh. Ja, auch. Gehen wir auch mal zum Ketchup. Ich mein, äh. Ich glaub, wir gehen erst mal da lang. Wenn hier ein Jumpscare kommt, ne? Da hasse ich mich aber. Alter. Das ist kein Labyrinth, oder? Ah, ne. Ich bin im Kreis. Okay. Oh. Oh, wie unerwartet. Oh nein. Bitte. Nein, gib mir bitte Licht. Oh, danke. Ich weiß nicht, wie krass die Jumpscares hier sind. Alter, das ist ja sowas von Daylight. Ne, wie... Wie heißt das Spiel? Nicht Daylight. Oh, wie heißt denn das Spiel nochmal? Äh. Ich weiß nicht, wie es heißt. Äh. Alter. Mir ist gerade aufgefallen, wenn wir ein Key finden, dann... können wir keine Lampe mehr tragen. Oder? Jetzt mal ohne Scheiß. Oh! Alter. Ihr Wichser. Ah, ne. Okay. Alles gut. The Key has been found. League of Legends. League of Legends. Ist ein Spiel, was nicht so gruselig ist. Alter. Ich habe mich gerade von der Lampe erschrocken. Hör mal singen, es bringt's. Äh. Es bringt's atemlos durch die Nacht. Bis ein neuer Tag erwacht. Atemlos. Alter. Ist das creepy? Das ist sowas von creepy. Weißt du, normale Menschen spielen irgendwie Hocko-Mass zu zweit. Alter, ne. Ne. Ne, sorry. Habe ich gar keinen Bock drauf. Ey. 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 Ach, ist doch nur ein Baby auf dem Stuhl. Ist doch nicht gruselig. Mann, ich weiß nicht, wo ich lang muss. Hilfen sie mir. Alter, wollt ihr mich verarschen? Könnt ihr... Ah, okay. Geh mal zum Arzt. Ich glaube, du solltest echt mal zum Arzt gehen. Großer Raum, nicht gut. Fick, wenn sie sich. Hä? Ich will nicht. Oh, Lampe. Ich hab den doch! Leute. Ich kann nicht mehr. Das war ein ganz kurzes Video. Ich hab absolut keinen Bock mehr. Ich weiß nicht, warum ich sowas mache. Äh, aber auf jeden Fall... Ich weiß nicht, ich hab den Key doch gefunden eigentlich. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir uns ein paar Jumpscares eingefangen. Die waren jetzt nicht so krass, aber ich hab mich doch erschrocken. Und mittlerweile hab ich echt absolut keinen Bock mehr darauf, erschrocken zu werden. Und deswegen, tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.